Noch eine Stimme haben wir heben. Ja, ich wollte euch herzlich einladen, oder will euch einladen, jetzt am Sonntag zum CAP zu kommen und dort halt die Märzaktivitäten mit vorzubereiten. Meine Idee ist, dass wir uns mit dem europaweiten Märzstreik zusammenschließen. Das ist ein Migrantinnenstreik, Tag ohne uns nennt sich das. Und stellt euch vor, alle, die Migrationshintergrund haben, wie es so heißt, arbeiten an dem Tag nicht, sondern lassen sich krank schreiten, um gegen dieses krankmachende System, auch um dagegen zu protestieren und sich zusammenzuschließen. Lasst uns also am Sonntag eine Arbeitsgruppe gründen und das gründlich und gut vorzubereiten. Danke.